Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Es ist Freitag und somit Zeit für ein neues RIP-Update-Video. Wir schauen uns an, was gab es für News diese Woche, bullische oder bearische News, was macht der Chart. Auch hier sehen wir mal wieder einen kleineren Abverkauf, hat aber auch damit zu tun, dass der gesamte Kryptomarkt, auch wenn es hier drüben ein bisschen anders aussieht, nach dem Gewinn der letzten Tage jetzt endlich mal ein bisschen so einen kleinen Rücksetzer macht. Also momentan noch nicht alles zu dramatisieren, trotzdem gibt es einiges zu besprechen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonntet den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoin, wenn ihr Bock habt auf Updates oder sonstige News, dann joint da gerne rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. Gut, und damit würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Momentan traden wir bei ungefähr 0,38 US-Dollar Cent. Irgendwie sage ich das jede Woche, irgendwie kommt mir so rüber, als ob ich jede Woche den gleichen Kurs ansage. Aber gut, es hat sich wirklich wenig getan, nachdem wir hier letzte Woche wieder über unsere grüne Box gekommen sind, konnten wir diese nicht halten und wir befinden uns wieder in einem deutlichen Downtrend. Das liegt daran, wir haben keine höheren Hochs, wir bilden tiefere Hochs und bilden dafür aber auch Lower Lows. Es tut sich jetzt aber trotzdem so eine Kleinigkeit und zwar, wenn wir jetzt auch hier diese Linien ein bisschen verbinden, ihr wisst, Linien nicht immer zu ernst nehmen, aber so vom Grund aus, haben wir ein Falling Broadening Wedge ausgebildet. Das definiert sich dadurch, tiefere Tiefs, tiefere Hochs, aber jetzt kommen wir eben in einen entscheidenden Punkt. Dafür haben wir hier mal ganz kurz das FIP-Level von unserem Dump auf 0,36 US-Dollar Cent bis zu unserem High bei 40 US-Dollar Cent gelegt. Und da sehen wir schon, okay, es gab diesen Abverkauf heute Nacht, was nicht wirklich dramatisch ist, aufgrund eben der ganzen Kryptomärkte, die auch ein bisschen unter Druck geraten sind, aufgrund auch dieses Pumps in den letzten Tagen. Also alles noch nicht wirklich so schlimm. Wichtig ist, wir haben erst einmal das 0,5er Fibonacci Retracement Level gehalten. Wichtiger mir persönlich wäre aber, dass wir hier unten nochmal in dieses Golden Pocket reinkommen, also in diesen roten Bereich einfach nochmal hier rein, um diese Abwärtsrallye zu beenden. Also zumindest mal so ein Higher Low reinzukriegen, das würde dann hier unten eben der Fall gewesen sein. Und dann mit Schwung, sag ich mal, hier oben diesen Bereich um 0,4040 auszubrechen, zu bestätigen und dann wieder in den Bereich der 0,43 bis sogar 0,44 US-Dollar vorzustoßen. Das ist jetzt erstmal so dieser grobe Fahrplan, den ich mir jetzt hier so momentan bei XRP vorstelle, aber man muss dazu sagen, wir sind momentan in einem kurzfristigen Abtrend, der seit 22. Januar gebildet wird. Das heißt, Long Position momentan ist mir zumindest kurzfristig ein bisschen zu risikoreich, auch wenn wir hier in das Golden Pocket reingehen. Da kommt es dann wirklich darauf an, wie ist das Volumen im 1-Stunden-Chart, im 4-Stunden-Chart. Das schauen wir uns dann ganz genau an. Sollte es da irgendwelche Setups geben, werde ich das natürlich in der Telegram-Gruppe reinposten. Dann schauen wir uns nochmal ganz kurz das übergeordnete Golden Pocket an. Das heißt, von unserem Dump, den wir hier unten hatten, zeichne ich nochmal ein, von diesem, was haben wir hier, 0,30 bis zu unserem jetzigen High, danach hätten wir sogar Luft noch bis 0,35. Das wage ich aber momentan in der Situation ein bisschen zu bezweifeln, außer wir kriegen jetzt bei Bitcoin nochmal einen größeren Crash. Deswegen behaltet diesen Bereich um 0,37, 0,38 im Auge. Das ist erstmal der Zielbereich, kriegen wir hier ein Higher-Low rein. Und dann das Higher-High sieht es gut aus, dass wir zumindest die 0,44 US-Dollar wieder in Angriff nehmen können. Es tut sich halt momentan, wie gesagt, wenig im Chart. Wir haben einfach noch nicht dieses Coinbase-Volumen. Es wird ja, die ganze Zeit gibt es ein bisschen so Gerüchte, okay, Coinbase listet wieder XRP und sowas nach der ganzen SEC-Angelegenheit. Dieses Volumen fehlt uns. Da haben wir vor zwei, drei Wochen schon mal drüber gesprochen. Es ist wenig Handelsvolumen. Das hat auch wieder nachgelassen, stand auch im Quartalsbericht und sonstigen nach, dass das Handelsvolumen nachgelassen hat bei XRP bzw. bei Ripple. Und dieses fehlt uns halt einfach. Deswegen diese gigantische Seitwärtsbewegung. Dann zu den News. Ripple XRP will bis zu einer Million US-Dollar für Türkei Erdbeben spenden. Finde ich sehr, sehr gut, dass auch hier die sich nicht vorwegnehmen und auf jeden Fall ein bisschen was dazu tun. War schlimm, was da unten passiert ist. Und dann ist das auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Und, das will ich jetzt nicht, hilft Ripple der Bank of England bei der CBDC-Entwicklung. Auch hier wird, da können wir mal ganz kurz vorlesen, am Montag, dem 6. Februar veröffentlicht die Bank of England ein Konsolationspapier zum digitalen Pfund. In dem Dokument wird unter anderem die Kryptotechnologie von Ripple erwähnt. Also auch hier tut sich was. Wäre zumindest ein wichtiger Schritt, auch wenn es für den Kursverlauf momentan zumindest keine Auswirkungen hat. Wie gesagt, da fehlt uns einfach das Handelsvolumen, was wir bei Coinbase oder anderen Börsen, nachdem XRP ist noch nicht bei allen Börsen gelistet. Das muss man auch wiederum dazu sagen. Das fehlt uns einfach. Und das ist natürlich auch das, was für viele dann ein bisschen langweilig auch im Chartverlauf ist. Aber trotzdem schauen wir uns das jede Woche an, weil es doch immer mal ein bisschen was gibt, was man zumindest in beide Richtungen traden kann. Da bietet sich eben dieser Bereich an. Auch wenn die Newslage momentan ein bisschen kritisch ist. Es gab auch diese Woche keine News von der SEC, auch wenn es ein bisschen Rumort hat im Hintergrund. Also es gilt hier einfach weiterhin deutlich abzuwarten. Wir finden und uns fehlt einfach dieses Handelsvolumen. Aber wie gesagt, Trade-Möglichkeiten gibt es hier en masse von Woche zu Woche. Gut, dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon wieder, was Ripple anbelangt. Im Daily-Time-Frame tut sich ja auch wenig. Auch hier ist der Abwärtstrend bestätigt. Lower-High, Lower-High, Lower-High. Da tut sich nichts. Wenn wir jetzt dieses Higher-High hier reinkriegen bei den 0,37, wäre schon mal ein wichtiger Punkt. Und dann eben das Higher-High bei 0,40. Wenn wir das brechen, dann können wir auch weiterhin die 0,44 in Angriff nehmen, übergeordnetes Golden Pocket bei 0,46. Also die Aussichten weiterhin eher seitwärts. Trotzdem mit einem kleinen bisschen bullischen Torn, kann man ja ganz gut dazu sagen. Das war es von meiner Seite. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und folgt auch gerne meinem Zweitkanal. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort wird es dann immer die Stream-Highlights zukünftig geben. Gut, wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Das war es von mir und wie immer, Stay Crypto.